Er fragt dich ja. Red mal lauter, Julian. Die acht Schiffe, also sein Zeugleber, die Graf Tretzverlin, die hat jetzt ein neues Setup gepflegt, die Missouri und die Iowa. Ich habe doch gesagt, ich habe die bei Englisch aufgepasst. No, no. Why are you with... No, what? My heart, it's so stupid here. Ey, wir haben sogar eine Assisio. Die ist auch gerade noch in Supertest. Dieser DD mit Tiefsee-Top 20km. Jules, wohin gehst du? Versuch dir mit A mitzufahren. Ja, ich gebe A-Support. Mhm, da kann ich bis in meine Bomber parken. Oh ja, deine Bomber. Eine Neptune. Ups! Pass auf, die Neptune auf. Eine Neptune? Kann sie leider nicht beschießen. Guck mal, wettend er snipet mich? Wetter. Mhm. Mein Gefühl sagt ja. Ja. Ich habe es übersetzt. Torpedo. Moment, bin ich eingestellt? Ja. What the fuck, Alter! Ey, wollen die mich verarschen? Mein Spiel steht ab. Was macht Wargaming Center erstmal? Ein Update. Zum Glück habe ich noch vorher auf Spielen gedrückt. Ey, durch was verdiene ich so viele Flieger gerade? Da hinten bei der Bismarck! WTF, mein Spiel ist halt... Ja, Mato. Die ist ja nicht meine Reichweite. Wieso, die auf der rechten Seite hat's? Bei mir ist die... So, 30k für die Bismarck weniger. Ich schieße nochmal mit AP drauf. Der hat's, er snipet locker. Und wir pausen. Jungs, kümmert euch um die Fletcher. Die hat Deathflug dabei. Ich muss grad mit der Yamato spielen. Hm. Die hat die Neptune bei sich. Aber die Bismarck hat gut gefressen, ne? Fuck, Mann. Wo hat das hier, wie sie ja eine Flieger? Ist sie überhaupt da? Afka. Ne, ne, ne. Da hat sich bisschen bewegt. Ja. Wenn er sich ein bisschen bewegt hat. Wonach klingt das wohl. Der ist nicht afkaner, das sagt mir mein Gespür. Was? Das ist zu ruhig. Wahrscheinlich wird er auf der anderen Seite dich. Ich bin entdeckt durch Flieger. Kommst du zu mir oder soll ich zu dir kommen? Da ist er. Da ist er. Dann gehen wir mal mit der Fläche hin. Das ist ein Auto meiner Jagdrange. Sondern meine NTR-Range. Ne. Da kommt ihr mit der Fläche hin. Da gibt's schon sein möglichstes. Nein, auch. Mal B, ne. Das war so klar irgendwie nach paar Minuten. Lass den Jäger, den Jäger nehme ich. Meine Flak hilft auch noch. Ich kenn mich schon so aus langsam, da weiß man schon, wenn man snipet wird, ne? So, raus ist er. Jo, kümmert euch um die Yamato, die schieß gerade auf mich. Auf dich bist du offen, ja stimmt. Ich fahr offen. Die fährt drückbar, zwar? Gut. Gut. Jetzt ist er wieder da. Ja. Sorry, was hat leid zu leid. Ja, ey. Gerade so, ne? Ich wollte mich, egal wo der CW ist. Ich wusste schon, dass er mich snipet. Das hätte sie sogar gemacht. Ich lass eine Jägerstaffel hinten, wenn's okay ist, ja? Mach das. Manche sind ja echt so doof und die versuchen es dreimal. Ja. Ich fahr ein bisschen in einer Nähe. Curry, weißt du es zufällig, ob die Charles Mantell Deathflag hat? Die kannst mit haben, ja. Oder Engine Boost. Ja, Deathflag. Engine Boost hat die so oder so. Die Neptune ist nicht mehr bei der Yamato, die Neptune ist nicht mehr bei der Yamato. Ja, aber die G-Wing hat ihre Deathflag angemacht. Schieß auf die Neptune. Bin dabei. Die hat die Wahl zwischen, ähm, Hydro und Deathflag. Wie Charles. Hm. Loll! Würde ich Hydro nehmen. G-Neison hat das hintere Geschütz komplett verloren. Wer? Ja. Ne, meine Gegner ist schon nice, no. Ich hab die Neptune fast raus, sie hat noch... 6, 8, sie hat grad hoch. Hm. Alter, fickt euch doch, Team! Ich bin dreimal, ja! Oh, hast du das gesehen, wie wenig ich die noch übrig hatte? Kats! Die hatte nur noch 80 Leben übrig. Was? Ja. Die Yamato! Ja, und ich hab die Ding in zwei Sachen rausgenommen. Die Mino. Der kommt doch schon wieder mit seinem Bomber. Der will schon wieder snipen, oder? Der kommt doch nicht. Ich bin schon wieder, alter! Der ist dumm, der greift mich an. Schon wieder zweimal direkt. Soll ich helfen? Bist du wissen. Der will dich. Der will mich, ne? Aber der ist zu neu an dir. Oder will die die mitkriegen? Lass uns bitte durchkommen, Fenster. Schau mal, was neben sich steht. War da ein gerade Flieger neben mir? Ein Torbomber? Ja! Ich bin neben dir. Ach so. Ich musste mich flühen, ich musste flüchten, weil ich dachte, mein Leben geht. War rückwärts, Fenster. Jo. 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 Ich seh sie nicht mehr, aber sie ist außerhalb Ich hab sie getroffen noch einmal Schau mal, ob ich mein Torpedo mit meinen Bomber in Missouri treffe Ist halt riskant 2000 hab ich immerhin reingekloppt Fletcher ist offen, Fletcher ist offen Fletcher raus, Fletcher raus Perfekt Ich hab dadurch keine Jägerstaffel mehr, gerade Also feindliche CV hat echt nix drauf, oder? Ich hab nen Solo Cap Ja komm, ich hab ihn mit 13 Flieger rausgeholt Ich hab ihn 19 Nicht einen Da drüben rechts von uns die Hindenburg Hat so nen schönen Winkel gerade Ja, die hat abgebremst Und gewonnen Teamplay Und was für ein Niemand lebt sich gegen ne GZ-Flotte an, ne? Ne GZ-Flotte hab ich den aber aus mehreren GZs Nicht aus einer Aus GZ und Begleit-Flotte, sagen wir's mal so Aus ne super Flotte Ich bin der Beste von Ich bin der Beste von uns Die wie? Die hat nur einen Flieger abgeschossen? Ah Er hat dich halt allein gelassen, weißt du Nein, sie kam über meine Seite her Sie kam von dir aus gesehen über rechts Und er war links von dir So, wo ist denn eigentlich der feindliche CW? 460 Er hat nur zwei Flieger Ich kann drei Flieger öffnen LOL Es gibt nie overarching schloss einen schlag oggi sie auch